Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, heute ist der 28. März 2023, es ist 7.37 Uhr, ich gehe gleich ins Büro und draußen sind 0 Grad und es schneit immer mal wieder. Die Dächer sind weiß. Gestern im Stream hat es hier gehagelt, so gegen 19 Uhr, 18, 19 Uhr und heute Nacht hat es anscheinend auch nochmal geschneeregenet und es war kalt genug, dass der Schnee auch liegen geblieben ist auf den Dächern. Und dann eben denke ich mir so, boah, ist doch ein komisches Licht, ist voll orange, was ist denn da los? Und siehe da, es hat geschneit und jetzt ist gerade wieder kein Schnee, aber jetzt kommen schon die nächsten dicken grauen Wolken und dann wird es gleich wieder schneiden. Ich werde ins Büro durch eine Schneewehe laufen müssen, ich habe aber meinen Schirm dabei, das sollte mir helfen. Es ist aber trotzdem kalt, das heißt, ich muss die Handschuhe wieder rausholen und den Schal, nachdem wir letzte Woche irgendwie schon 18 Grad hier waren. Äh, äh, what the fuck is happening? War das schon immer so? Oder ist das dieses, diese Klimaveränderung, von der ja immer alle reden? Äh, äh, ja, ansonsten, hier twerk gerade so ein, äh, äh, Spielecharakter aus, äh, wie hieß es denn, dieses Spiel? Ja, ja, mit der Raumstation und den Killern und den Aliens und was weiß ich alles. Äh, nein, ich rede nicht von, äh, hier, äh, Alien Isolation. Äh, äh, ja, was haben wir gestern, äh, gemacht? Wir haben gestern gearbeitet, äh, relativ lang auch, irgendwie bis 16.05 Uhr, äh, und haben dann eine kleine Stunde Pause gemacht und um 17.00 Uhr haben wir angefangen mit Streamen, haben gestern wieder Hogwarts Legacy gespielt, äh, ein paar Schlösser geknackt, äh, eine Sammlung von Briefen aus einer Höhle geholt und, äh, ja, das war's eigentlich, mehr haben wir nicht gemacht in drei Stunden. Ja, heute wollte ich eigentlich, äh, ja, Brutato streamen, aber da waren sich zwei Leute zumindest im Chat einig, wenn ich meine Spiele fertig machen will, dann sollte ich nicht immer neue anfangen. Und sie haben ja recht, es sei denn, es ist Resident Evil 4, dann... Nein, sie haben trotzdem, äh, recht, ich muss erst mal das zu Ende spielen, woran ich gerade sitze. Wir haben ja nicht letztes, sondern vorletzte Woche in The Witcher 3 beendet, die Hauptstory zumindestens und ich versuche jetzt eigentlich in Kürze, Bälde, wie auch immer, äh, Fallout 4 zu beenden. Resident Evil liegt schon in den Startlöchern, es liegt auf meinem Schreibtisch und wartet, geöffnet zu werden, äh, und das machen wir aber am Wochenende. Und heute werden wir dann demnach Fallout 4 spielen, vielleicht auch morgen nochmal mal gucken, vielleicht kriege ich es ja auch die Woche noch durch, ich weiß es nicht. Am Sonntag ist Kreativstream, da werde ich, äh, puzzeln oder so, oder kneten oder stricken oder, ich hab keine Ahnung, äh, ja, mal gucken. Heute auf jeden Fall erstmal ins Büro, dann am Nachmittag irgendwann zurück und 17 Uhr gibt es dann, wie gesagt, Fallout 4. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid wacher als ich, eigentlich ist es ja erst 6.40 Uhr und ich bin irgendwie 5.30 Uhr aufgestanden oder so. Also, naja, Zeitumstellung, wir werden es irgendwann wieder vergessen und irgendwann kriegen wir wieder eine Stunde geschenkt, das ist auch schön. Gut, das ist es von mir. Ich hau rein, wo rein, weiß ich noch nicht, vielleicht in den Schneemann oder so. Ich wünsche euch einen wunderschönen, äh, Dienstag, kommt gut durch den Tag, friert nicht ein. Und, äh, dann bis später oder bei, äh, bis beim nächsten, äh, täglichen Vlog hier. Bleibt gesund. Tschüss. Und, äh, bis zum nächsten, 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 äh Untertitelung des ZDF, 2020